Was ist das, 76? 77 cm pro Sekunde, oder was meinen Sie? 76. 77, das steht halt in der Literatur. Damals war es, glaube ich, noch nicht so, diese... Das haben wir umgestellt später. Das haben Sie noch nicht schon. Die hat es von uns aufgenommen, Gleichstrom vor Magnetisierung. Das war ein Schrotthaufen. Wir haben es alle Motoren zerlegt und haben es gängig gemacht. Das ist ja da eine schwenkbare Kopfträgerplatte. Das ist der Aufnahmekopf mit diesem berühmten Schülerhorn. Weil da ist also, das läuft so aus dann, dass das also da durchmagnetisiert und dann immer schwächer wird. Dass also die Remanenz, die da draufbleiben, nicht zu stark ist. Ja, das sind ja die Originalköpfe. Das haben wir uns auch irgendwo mit Isolierband und Gummischlauch behalten. Das sind auch diese 70 mm AEG-Kerne da. Da habe ich noch zwei. Die sind dann noch auf 100 mm umgestellt worden. Das sind noch 70 mm. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja.